Was war das jetzt schon, ja? Äh, achso, da. Oh, ja, sehr viel XP, das ist gut. Okay. 4-3, ja. Genau. Wir nehmen... Weiterhin ein bisschen Vitalität. Jetzt. Ein Sturm. Das ist... Kann jetzt Lick haben. Gut. Ist die Frage, ob wir das brauchen. Hm. Aber vielleicht für das nächste Viech. An ihm brauchen wir erstmal nicht. Haben wir genug Charaktere. Ja. Das war eine Überraschung. Wer sind die beiden? Seine Macht ist viel größer als die von normalen Menschen. Das war eine Überraschung. Regrettably, ich kann Ihnen nicht auszübieren. Ich glaube, dass ich Ihnen jetzt rauskomme. Ich glaube, dass ich Ihnen jetzt rauskomme. mit meinen eigenen Händen. And so we have found it. The key to the resurrection. Ich glaube das ist aus dem Vangenge. Die gab es vorher glaube ich nicht. Es sieht aus, dass wir zurückkommen. Ich denke mal, dass das in der Hauptstory, also in der normalen Story das hier gleich gewesen wäre. Ich denke mal, dass das Zwischending da nicht gewesen wäre. Okay. Der ist jetzt auch ein Level Up. Sehr gut. Aromi möchte mit mir quatschen. Jetzt sind wir aber hier erstmal weiter. Also wir können jetzt hier weiter gehen. Das ist sehr gut. Aber eigentlich ein cooler Bossfight. Da steckert die echt nichts ey. Boah stell dir mal vor, wir würden später am Ende des Games wirklich die hier nochmal machen. Aber voller physisch. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Wer will mit mir quatschen? Ach wahrscheinlich hier. Ja ich weiß wer. Boah der ist ja fies. Ah nein. Nein. Ich habe übrigens die Addons gekauft. Die sind alle aktiv. Also wirklich alle. Ich habe alle gekauft. Ich habe gemerkt, ich habe noch 6 Euro auf der Playstation gehabt. Was mich ein bisschen ärgert hat. Dann hätte ich mir... Nein. Nein. Du blödes Zwei-On. Hätte ich mir was sparen können. Aber egal. Was willst du denn mit das Thoma? Ja wir fliehen. Wir fliehen gescheitert natürlich. So wie immer. Wir haben mich noch nicht gespeichert. Sehr gut. Jetzt müssen wir hier erstmal wieder das Fernrohr benutzen. Das ist so nervig. Aber es lohnt sich halt. Oh. Oh. Bäh. 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 Wer war denn? Wer war denn? Wer war denn? Wer war denn? Ah. Okay. Du bist. Wer konnte denn das? Ich habe das jetzt auch alles geholt. Ich habe das jetzt auch alles geholt. Also ihr seht ja, dass jetzt dadurch der... Oh. Ich sehe da unten wieder eine komische Essenz. Also so ein... Oh. Komm ich hier hoch. Warte mal. Ich will erstmal... Das waren noch Relikte, ne? Ja. Also ich habe halt alle DLCs gekauft. Also auch das mit dem... Wo ich mir dachte eigentlich, dass es nicht holen würde. Das mit dem... Mit dem Magathamas. Weil guck. Jetzt sind die einfach über auf der Map diese Scheißdinger. Da sind auch noch zwei. Also das ist schon ziemlich krass erhöht worden. Aber man kann es irgendwo auch ausmachen. Soviel ich das jetzt verstanden habe. Wahrscheinlich im Hauptmenü. Ach hier. Ne. Hier kann man es einstellen. Also für Marker, EP, Ruhm und so weiter. Das wird ja so häufiger... Also... Na guck. Schwer können wir auch. Also leicht machen. Das ist aber total bescheuert. Das... Kann zu spät nicht mehr dazu. Willst du die... Ne. 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 Schwer. Haha. Ist sowieso schon zu einfach. Anwenden. So. So. Jetzt. Müssten wir erst mal. Kurz mal heilen. Ja. Das ist alles. Das ist schon krass hier. Das mit den vielen Viechern. Wir lassen es mal... Wir lassen es mal kurz an. Aber... Ich werde es auf jeden Fall rausnehmen. Und... Also das ist für... Fürs Endgame richtig gut. Wenn ich halt mal... Irgendwie... Wer hat denn Wind? Wenn ich irg... Ah. Warum frage ich überhaupt? Wenn ich... Mal... Oder... Kraft. Das heißt ja Kraft hier. Ist aber für mich immer noch Wind. Weil... Ihr seht... Ich kann damit... Diese Dinger richtig gut farmen. Und das ist halt für das Endgame. Und am Anfang... Das ist dann viel zu einfach. Glaube ich. Deswegen werde ich auf jeden Fall das... Jetzt nach den drei werde ich das jetzt auch ausmachen. Weil das ist einfach... Das ist einfach zu OP das hier gleich am Anfang schon zu haben. So oft. Also... Möchtest du nicht auch mal irgendwas machen? Ne? Das ist wieder unser... Unsere Farmen... Einheit. Ne? Na ja. Guck mal da sind auch schon wieder welche. Also... Ne. Standard. 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 So. So. Wir sind jetzt hier noch... Leider noch da. Aber... Oder... Möchte wieder jemand eine Quest mir geben? Moment. Möchte ich da? Ne. Ich dachte ich hätte da so einen... einen kleinen Bupf gesehen. Aber es ist... Es ist wohl nicht so. Hä komm ich... Ich will das jetzt hier auch noch machen. Also... Ich muss aber sagen von der... Mucke... Übrigens hat mich noch nicht so... einer angesprochen. Also... Aber... 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 Ich kann jetzt nicht... Einsammeln. Ich sammeln erst mal das hier ein. Elektroschkrediter. Hier geht's doch bestimmt... Achso... Hier geht's doch bestimmt... Hier geht's... Ah ja... Okay. Oder... Oder... Hier ist ein... Eine Schiene wieder. Oben... Nee doch nicht. Ich will aber auf jeden Fall... Bevor wir da jetzt noch hingehen... Weil das will ich auf jeden Fall noch machen... Ja... Schön! So... Hab ich eine Sense bekommen? Hab ich gar nicht mitgekommen. Schleim... Was sollen mich hier durch? Nee... Jungs... Niggi... Zwei Hörner... Muss ich auch noch ein bisschen farmen... Ah... Da hinten sind die Viecher auch noch... Okay... Jetzt mal speichern wieder... Und dann gehen wir hier mal... Weil hier ist ja so ein Ding... Ach... Dämonen... Jetzt kommt... Arme auch noch schnell... Wir wollen ja alle... Hm... Diese Naharmer... Okay... Alle konnten wir sie abwehren... Darauf können wir stolz sein... Mit jedem Kampf wächst unsere Macht und so ein bisschen... Kann sie weit auf die Zähne... Ich... Achso... Wir bekommen wieder drei Punkte... Machen wir das mal so... Und... Komm... Wir nehmen mal Glück... Alles ein bisschen untypisch... Hm... Aber das ist glaube ich auch wirklich... Das ist eigentlich... Ich sag mal so eigentlich... Vollkommen wurscht... Hier glaube ich in dem Spiel... Also das ist... Irgendwie... Auf einer Seite ziemlich cool... Aber zum anderen... Aber zum anderen... Na ja mal gucken... Ich bin gespannt wie der... Wie der Schwierigkeitsgrad so verläuft... Wir sind ja gefühlt immer noch am Anfang... Und... Ich versuche ja noch... Wenigstens ein bisschen... Zu skippen... An Sachen... Zum Beispiel hier sowas finden... Oder sowas... Ich skippe ich ja... Viel... Also... Äh... Also... Ich meine damit... Ihhh... Da sieht man sogar... Dass das Spinnen sind... Ah... Okay... Das... Geht nicht... Hey... Ich hoffe mal... Dass es einfach schwieriger wird... Jetzt... Gucken wir uns das hier noch an... Halt... Dieser Pfad führt zum Parlamentsgebäude... Welches... Der Kontrolle von Bethel untersteht... Verdächtige Individuen dürfen nicht passieren... Ich verstehe aber... Wie können wir uns gewiss sein, dass du die Wahrheit sprichst? Die Legionen des Chaos haben uns erst kürzlich überfallen... Beweis uns, dass du nicht zu ihnen gehörst... Aber ich habe ein Angebot für dich... Just in diesem Moment... Lauern Kräfte des Chaos auf die nächste Generation zum Angriff... Beseitige sie... Dann werden wir dich als Verbinder von Bethel anerkennen... Besiege diese Dämonen an unserer Stadt... Wir müssen also eure... Drecksarbeit machen... Halleluja! Sagt er... Diese Antwort hatte ich erwartet... Gut... Dann sei es so... Jetzt muss ich da hoch... Wie... Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Ah... Von hier unten, wa? Ja... Content-Streckung! Da müssen wir da auch noch... An diesen ganzen zwei haben wir dann hier vorbei... Das ist wieder so ein großes Monster... Wie sieht denn der aus? Ach cool! Wer weiß? Giger! Gehen wir mal hier ran wieder... Sehr gut! Kann ich das schon gut brauchen... Hier ist wieder so ein... Anzieher? Aber hier ist doch bestimmt... Hier ist doch ein kleiner, oder? Hier ist nichts... Ja, der kommt ja noch was... Aber komisch, dass da nicht mal so ein kleines Wesen ist... Ah, du Mist-Sau! Oh... Eigentlich müsste ich die töten, doch hier... Oh... Die sind alle nicht... Registriert die Scheißviecher! Geil! Komm! Ich höre nicht mehr so gut, weißt du? Du bist neu hier, hm? Sag mal, was für eine Demo bist du eigentlich? Wie regierst du drauf? Wirklich? Haha, sehr gut! Wo wir gerade dabei sind! Du hast nicht zufällig ein Geschenk für mich, hm? Was machen wir hier? Mal sehen! Ja, komm hier! Hör auf! Mein Rücken! Ich glaube, ich muss mich erstmal hinlegen! Oh, du Arsch! Du Piss-Sau! Okay, mit dem nächsten reden! Wink dich heran! Was willst du tun? Ich dachte mir eben, vielleicht könnte ich bei dir mitmachen... Aber erst will ich was haben! Okay, mal überlegen! Äh, steht 684 Mark darüber! Schieb einen Elektrospitter rüber! Ja, haben wir auch genug! Lass mal den ganzen Haufen von deiner TP rüber wachsen! Alter, 81! Also, ich finde, das war langsam genug! Ich bin noch nicht fertig! Ich muss ihn noch verprügeln! Was? Wir haben so viel gewollt! Hahaha! Ich dachte, wirst du das tun! Zeige! Äh, wieso startest du mich so an, Kumpel? Ey, Moment mal! Bin ich hier etwa berühmt? Kann ich ein Autogramm haben? Wenn du glaubst, dass ich irgendwas unterschreibe, bevor wir ordentlich verhandeln, wirst du dich geweiht! Okay, mal überlegen! Naja, komm hier! Naja, komm hier! Echt jetzt?! Hier! Ne! Ja, kannst du haben! Hallo permission! Uiuiuiuiuiuiui! Uiuiuiuiui! Euiuiuiui! Alter, resistent- ...ist du nicht 성공モい selbst? Ciao, tusik Wart! Und die Awakening수를 werfen! ähm, ja, für die Gegner. Ach, schon die hieß. Na, mal. Hm. Äh. Wayne Lake gerade. Ähm. Warum? Warum sind sie hier nicht? Hä? Nimm mal. Und hier. Und Level. Nein. Hm. So, wir haben jetzt diesen Mokul dazu. Was hast du denn schönes? Misere ohne Ende. Erhöht Schaden aller Verbündeten beim Angriff auf Schwächung von Gegnern mit Statuseffekten. Erhöht Schaden aller Verbündeten beim Angriff auf Schwächung von Gegnern mit Statuseffekten. Auf Schwächen von Gegnern mit Statuseffekten. Äh. Wie ist das jetzt komplett gemeint? Also muss ich den muss ich den erst vergiften, damit das funktioniert? Also, oder sleepen? Schreibt es mir in die Kommentare. Traforia hatte der. Echt jetzt? Das ist sehr gut. Du bist mir doch nicht so unsympathisch mehr. Äh. Auch wenn du mir sehr viel geklaut hast. von meiner Lebenskraft. Hier. Jetzt gucken wir mal hier. Hey, uh-huh. Äh, nee, okay. Lebenssteinkette. Nimm ich. Jetzt gucken wir mal. Was gibt's denn hier? Nö. Damit hole ich Gegner ran, ne? Mit einer Lockflöte. Nee, verhindert Flucht von Gegnern im Offen. Verhindert Flucht. Das ist cool. Meine Sense war jetzt nur Suchi, ne? Ja. Äh, hier muss ich drauf drücken. Ausfall, Counter, Hohn, Lebensquell. Lebensquell? Ähm, hier. Hit maximal, TP. Na, das ist nicht schlecht. Das könnten wir echt noch gut gebrauchen. Ne Goldkarte, auch nicht schlecht. Nimm ich alles sehr gerne. So, jetzt sollten wir aber hier erst mal, wir sollten eh erst mal jetzt aufhören. Ich werde jetzt hier erst einfach mal das nehmen. Hahaha, die Säune. Perfekt. Und? Warte mal, wir müssen noch mal hier, glaube ich, schreien. Ne, doch nicht. Okay. Also, ich habe 24 jetzt von dem Mimans. Um das auch nochmal zu zeigen. Und? Und was neu ist, kann ich hier, glaube ich, noch nicht kaufen, aber ich muss auf jeden Fall drüber nach kaufen. Also, wie gesagt, ich werde erst mal offline, also selbst offline die Dinger aushaben. Das mit den, mit den Dingern, mit den DLC. Und werde erst mal so ein bisschen rumstreuen hier noch. Ein bisschen was einsammeln, also hier, was sie mir hier als Schatz gibt. Zwei Hörner mal Farmen, damit ich die abgeben kann. Und dann werden wir in der nächsten Aufnahmesession, also die jetzt auch, ich werde jetzt auch nicht so lange spielen, vielleicht 10 Minuten oder so. Und dann werden wir auf jeden Fall in der nächsten Aufnahmesession wieder mal ein bisschen fusionieren, weil wir brauchen neue Viecher. Ich will nicht diesen Scheiß schon wieder haben, dass wir zu viele von diesen Monstern nicht fusionieren können, weil wir die Vorstufe nicht hatten, also die uralte Form, also die ganz klein. Und das ist einfach, nee, das ist einfach, das ist einfach zu viel, was ich da machen muss, also nachholen muss. Und das ist doof. So, ich habe übrigens, ich weiß nicht, ob ich das gezeigt habe, klassisch, ne, die können wir leider noch nicht machen. ist erst ab, oder der 18, fehlt nur noch ein Level. Und dann, also ich werde mir jetzt hier noch mal kurz überlegen, was wir hier mit dem, okay, okay, also ich werde mir hier überlegen, was wir hier noch schönes fusionieren mit den Monstern. Und dann, also, wenn wir uns noch ein bisschen überlegen, die, guck mal, diese Themen mal kurz nach Level, denn wir haben zum Beispiel ihn noch gar nicht, wir haben ihn noch nicht, und das sind halt so Low-Level-Dinger, die uns vielleicht später irgendwann in den Arsch beißen gefühlt. den Engel, Halpers, Ubarium, den kann ich auch eigentlich theoretisch auch fangen. Der läuft hier rum. Elmos und die Dinger hier, die müsste ich eigentlich wirklich, weil die sind ja auch sehr, sehr wichtig für Fusionen. Den könnte ich mir auch fangen, den Drake. Werde ich wahrscheinlich auch. zu Damer könnte ich mir theoretisch auch fangen, also ich könnte viele fangen, also, überreden halt. Aber eigentlich bräuchte ich dafür wieder Pixie, weil die Pixie war ja richtig gut. Als ihr das vergessen haben sollte, warum sie so gut ist, für sowas. Wo ist sie denn? Das ist echt doof mit dem hier. Das ist echt doof gemacht mit dem mit dem Sachen halt. So, das hier kann vermitteln, wenn sich die Laune eines Simons während der Fahndung verschlechtert. Das ist halt das ist echt gut. Aber vielleicht hat das auch die Hochpixi. Mal gucken. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Aufnahme-Session. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und so weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.